Heute haben wir Silvester. Herzlich willkommen bei der Silvester-Ausgabe des Qigong-Clubs hier auf YouTube. Schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es kein tolles, großartiges Seminar. Wenn du jetzt lebenswichtige Informationen hier erwartest, schalt ab oder zum nächsten Video rüber. Heute sind es nur ein paar lustige, lockere Silvestergrüße von mir an dich. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das neue Jahr 2021, dass es uns allen besser geht, der ganzen Gesellschaft besser geht und wir weltweit die Dinge, die gerade hier brennen global, dass wir die in den Griff bekommen oder besser in den Griff bekommen. Das wäre mein großer Wunsch. Und ja, vielleicht kannst du, wenn du Lust hast, in die Kommentare schreiben, was deine Wünsche wären für das Jahr 2021, was dir am Herzen liegt. Und das muss nicht immer nur sein, die Rettung der Welt, sondern es kann auch sein, dass ich persönlich besser im Leben klarkomme oder so. Was auch immer dir einfällt und was dir wirklich am Herzen liegt, was dir wirklich wichtig ist, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, falls du es noch nicht gewusst hast, wollte ich dich bei der Gelegenheit auch noch so, vielleicht als kleine Silvester vorbereitende Maßnahme, darauf hinweisen. Ich habe einen Podcast, der seit Anfang Dezember oder Ende November eher gesagt läuft. Einen wöchentlichen Podcast, der kommt immer sonntags morgens raus, wird veröffentlicht, eine neue Episode, auch über Weihnachtsfeiertage. Da ist keine Pause. Und ja, wenn du Lust hast, hör doch mal in den Podcast rein. Er dauert jede Episode so ungefähr eine Stunde. Und das Besondere an diesem Podcast ist, ich wollte jetzt nicht einfach nur YouTube-Videos ohne Video machen, sondern die YouTube-Videos hier auf diesem Kanal, die dienen schon wirklich eher, würde ich sagen, so der Wissensvermittlung. Das soll mehr einen Seminarcharakter haben. Und der Podcast, der soll mehr einen Entertaining-Charakter haben. Also etwas, was man einfach auch nebenbei hören kann, wo man jetzt nicht Wissen sich merken muss, sondern einfach so aus dem Leben eines Qigong-Lehrers. Und natürlich philosophiere ich hier und da auch an der Stelle mal rum und so, aber es soll vor allen Dingen dazu dienen, dass wir alle Spaß haben zusammen. Und dass auch, wenn man Qigong-Lehrer ist, die Freude am Leben und der Spaß und sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen in dieser Lehrerrolle, dass man das auch mal, dem mal Raum gibt sozusagen. Und wenn dich das mal interessiert oder du eh gerne Podcasts hörst, dann schau doch mal rein. Ich werde dir den Link unten in die Beschreibung setzen und dann kannst du ja mal reinhören, ob dir das gefällt. Ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich genial, den Podcast, muss ich ehrlich sagen. Und ich betreibe ihn alleine. Ich wusste nicht bislang, warum so viele Leute einen Podcast zu zweit machen. Jetzt weiß ich es. Du musst ja die ganze Zeit labern. Ja, ohne Pause. Wenigstens im Video kann man mal entspannter durchatmen oder die Videos sind auch kürzer und Podcast ist ja eine Stunde und ich mache die tatsächlich als First Take. Also ich schneide da nicht Material von vier Stunden zusammen, sondern da wird auf Aufnahme gedrückt und dann geht es los und dann beginnt die Show. Aber wie gesagt, mir gefällt es und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, mal reinzuhören. Das ist die eine Sache, der Podcast und die andere Sache ist, morgen haben wir den 1. Januar, da haben wir ein Neujahr und vielleicht hast du es schon mitgekriegt. Ich glaube im Weihnachtsvideo oder einen Tag vorher in der Weihnachtszeit habe ich schon mal einmal drüber gesprochen. Ab morgen bereiten wir uns wieder eine gute Zeit und zwar werden wir Lockdown-Schickungen üben, den ganzen Januar lang. Also auch wenn der Lockdown Mitte Januar vorbei sein sollte, was ich noch nicht glaube, ehrlich gesagt, gibt es den ganzen Januar für dich wieder täglich Qigong-Kurse, Qigong-Übungen. Das bedeutet für mich Hammerstress, ein Haufen an Arbeit. Also ich weiß, der November war so stressig dadurch, also es war echt zu viel, kurz vor Burnout, aber ich gönne es mir nochmal. Ich habe das Gefühl, es ist so wichtig, jetzt in dieser Zeit Qigong anzubieten und nicht nur schlaue Worte in kleinen Miniseminaren auf YouTube, sondern wirklich Leute, wir nehmen uns eine Hand in Übungsraum ab und Qigong zusammen üben und ins Gleichgewicht kommen. Körperlich, geistig, emotional, psychisch wirklich ins Gleichgewicht kommen und auftanken und ruhig bleiben. Das ist aus meiner Sicht so wichtig, dass ich mich entschieden habe, jetzt Mitte Dezember schon, dass jetzt im Januar wieder ein kompletter Übungsmonat hier auf YouTube stattfindet. Das heißt ab morgen jeden Tag eine Übungseinheit für dich und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Also ich denke, das sind super Neuigkeiten zu Silvester. Gedanklich stoßen wir an, bei mir gibt es heute auch Sekt und zwar, ich weiß gar nicht welcher, aber irgendein besserer Sekt. Geldermann, genau, Geldermann, eine relativ gute Sorte. Geldermann-Sekt mag ich sehr, sehr gerne. Den gibt es heute bei mir ein Gläschen um Mitternacht und ja leider nicht in großer Gesellschaft, aber trotzdem kann man ja ein Gläschen Sekt trinken. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mit mir heute gedanklich anstößt, heute um Mitternacht und ab morgen es dann, ich glaube um 15 Uhr müsste das Video veröffentlicht werden, um 15 Uhr wir dann gemeinsam Zusammenschiebung üben. Ich freue mich auf dich. Bis dann, ciao und guten Rutsch.